Mein Name ist Angela, ich bin 70 Jahre alt und ich lebe seit ca. 10 Jahren mit einer Demenzdiagnose in Lien. Damals gab es in Österreich weder Informationen noch Anlaufstellen für uns Erkrankten. Ich wünsche mir und ich fordere deshalb, dass wir gleichzeitig mit der Übermittlung der Diagnose einen schriftlichen Wegweiser mit gebündelten Informationen erhalten. Das sehe ich als Bringschuld der Verantwortlichen. Bitte erarbeiten Sie keine Angebote für uns, sondern mit uns. Mein größter Wunsch ist es und der vieler anderer Menschen, die ich kenne, mit Demenz möglichst lange selbstbestimmt leben zu können. Um gut mit der Erkrankung und vor allem mit dem neuen Leben umgehen zu können, brauchen wir Unterstützung mit einem Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz. Denn gerade am Anfang ist noch so vieles möglich, um ein gutes Leben zu führen und uns auf die Zukunft vorzubereiten. Bitte werden Sie aktiv und unterstützen Sie den Aufruf von AMO Europe, Demenz als Priorität im Gesundheitssystem anzuerkennen. Danke. 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 Vielen Dank.